Wenn Sie einen starken Angriff kontern, ist Ihr Gegner verwundbar. Besiegen Sie ihn, indem Sie seine Beine brechen oder ihn zu Boden schaffen. Dieb! Ihr wart es, in meinem Alter zu schälen! Stirb, Dieb! Haltet bitte ein! Ihr tut mir weh! Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen! Stimmt! Elender Ruth! Ruth! Da! Was mag ich machen? Das stimmt. Deine Frau! Deine Frau! Untertitelung des ZDF, 2020